Und jetzt kommen wir einfach zu Altair. So ist es zu unserem ursprünglichen Thema. Ja und Shana, das ist ein Thema, wo du dich schon sehr lange damit beschäftigt hast und wo du auch sehr viel darüber weißt. Und ja, vielleicht magst du dir auch mal was darüber erzählen. Ja, also zu Altair gibt es ganz, ganz viel zu sagen natürlich. Ich sage mal so ein paar Sachen, die ich in Kontakt mit Altair festgestellt habe. Ich bin 2009 das erste Mal mit den Wesenheiten von Altair in Kontakt getreten und war sehr, sehr tief berührt von den Energien, die mir da begegnet sind. Also 2008 habe ich angefangen zu channeln und 2009 sind mir diese Wesenheiten begegnet und waren sehr, sehr liebevoll und sehr, sehr, ja ganz, ganz hohe Energien. Die Energien, die ich irgendwo kannte, die mir irgendwo wie, ja sehr bekannt vorkamen, sehr nah vorkamen und die einfach mich eingeladen haben, mit ihnen zu kommunizieren. Das ist immer ganz schön, wenn man, wenn man channelt, ne, dann manchmal griffen einfach Wesenheiten an und sagen so, hey, wir wollen eine Botschaft überbringen. Und das war eben bei Altair, bei den Altairinern so. Und dann habe ich innerhalb von ein paar Tagen, also eigentlich innerhalb von ein, zwei Tagen, eine Webseite gechannellt, die heißt altairerwartetdich.de. Und da ist im Laufe der kommenden Monate und ja, da sind da ganz, ganz viele Channelings draus entstanden. Altair ist an sich ein Stern, der sehr, sehr hoch schwingt. Und der sehr, sehr viel Leichtigkeit, Freude trägt und Freude ist ja, wie wir wissen, eine der höchsten Energien, tragen sehr viel Weisheit und Wissen in sich. Und wenn man dorthin energetisch reist, dann kann man in verschiedene Bereiche eintauchen, in verschiedene Erlebniswelten, in verschiedene Kammern. So ähnlich, wie es auf der Venus ist, kann man das auch auf Altairinern. Und die Altairinern, wenn man, also manche Leute, manche Menschen fühlen sich sehr verbunden mit der Altairinern und dann ist es immer so, das habe ich in all den Jahren auch immer wieder gehört, dass es sich für manche Menschen anfühlt wie eine zweite Heimat, also wie sie nach Hause kommen, wenn sie nach Altairin reisen. Also manche können natürlich auch nichts mit den Energien anfangen, wenn sie keine persönliche Verbindung dazu haben, aber viele berichten mir, dass sie sich da sehr, sehr wohl und zu Hause fühlen. Und das kommt natürlich darauf an, ob man auch schon, ja manchmal reist man ja das nachts zu anderen Planeten, anderen Sternen mit Aspekten von einem selbst und manche sind da sicherlich dann nach Altair gereist. Und da wir auch multidimensionale Wesen sind, haben manche von uns auch dort einen Anteil der Monadensäle, die auch da präsent ist an diesem Ort. Genau, das sind jetzt ein paar Sachen. Ja, schön, ich glaube, das werden ja unsere Zuschauer heute Abend spüren, wenn wir das Channeln beginnen, wie sie sich da zu Hause fühlen und was ihr da alle so empfindet. Das kann man sicher sehr gut sich einfühlen und ich bin auch gespannt auf die Rückmeldungen. Das ist also schon eine große Faszination, dieser Stern und der soll ja auch sehr hell sein. Genau, das ist einer der hellsten Sterne überhaupt in diesem System. Ja. Ja, aber der liegt jetzt nicht in der Milchstraße, oder? Wenn du das so sagst. Das muss man nachlesen, also das weiß ich nicht. Also die naturwissenschaftlichen Sachen weiß ich nicht auswendig. Ich habe es auf meiner, auf der Webseite verlinkt. Kurz nachgucken. Auf jeden Fall gibt es ganz viele wunderbare Kammern, die man besuchen kann. Und da sind einige, die schon sehr faszinierend sind. Vielleicht kannst du in der Zwischenzeit ein paar solche Kammern aufzählen. Ja, also es gibt zum Beispiel, also ich damals, als ich die ersten Channelings empfangen habe und gefragt habe, war es so, dass sie gesagt haben, die Alterina, dass sie eben so verschiedene Erlebniswelten haben, um sich zu erfahren. Also so verschiedene Hologramme, Erlebniswelten, Kammern. Und beispielsweise eine Kammer der Magie, eine Farbenwelt, eine Welt, wo sie auch so etwas machen wie Ritterspiele, Elfen, Naturwiesenwelten. Und sie haben aber damals gesagt zu mir, sie finden es so lustig oder so interessant, weil manchmal versuchen sie auch zu spielen, dass sie Mensch sind, also so zu tun, so eine menschliche Gestalt annehmen. Aber sie können das nicht so gut wie wir spielen, weil sie können sich nicht vergessen. Also sie wissen währenddessen, dass sie halt das nicht sind, dass es nur ein Spiel ist. Und das fanden sie halt, haben sie mir erzählt, so faszinierend, dass wir hier auf der Erde sind und wir sind ja auch in Wirklichkeit hohe Lichtwesen und haben uns aber vergessen hier auf der Erde. Und das fand ich so süß, dass sie das so, ja so auch irgendwo, ich weiß nicht, bewundern, das richtige Wort ist, aber so faszinierend fanden. Dass wir das vergessen so gut können. Ja, und auch miteinander streiten und so. Ja, haha. Das kann ich nur sagen. Ich meine, wenn man das auch gar nicht kennt, wenn man das noch nie erfahren hat, wie das ist, dann ist das bestimmt faszinierend, ja. Weil man sieht ja auch aus der höheren Perspektive, da ist ja alles gut und alles friedlich und dann empfindet man sich nicht als abgeschnitten, als Engel, als Lichtwesen. Und diese Erfahrung zu machen, das kann man eben nur in der Dualität, ja. Und solange man das nicht weiß, findet man das bestimmt faszinierend, ja. Ich glaube, das hat uns auch fasziniert, bevor wir hier inkarniert sind und dann jetzt ist es was anderes. Jetzt haben wir es genug gehabt, ja. Ja, jetzt haben wir es genug, möchten wir unbedingt uns an alles erinnern und, ja. Aber ich meine, immerhin, an manches kann man sich hier doch erinnern. Ja. Ja, also diese Kammern, die Kammer der Farben, die Kammer der Naturwesen, könnte man sagen. Die Kammer der Magie, was war noch? Eine Farbenwelt, zum Beispiel. Also wo man sich quasi wie eine Farbe erleben kann. Man kann quasi in diese Welt eintreten und sich erfahren, wie das ist, gelb zu sein. Also weil gelb ja auch eine ganz starke Schwingung hat oder grün oder rot und so. Und die verschiedenen Töne. Also man kann wirklich das sein auf Alter ihr in diesen Kammern, was man sein möchte. Man kann es wirklich spüren, erleben und dementsprechend dann den Körper, einen bestimmten Körper annehmen. Könntest du mir nochmal deine Webseite sagen? Ich schreibe dir mal in den Chat, weil es wird danach gefragt, wie die heißt. Alter ihr-erwartet-dich.de Minus-erwartet-dich.de Ja. Immer so ein Minus dazwischen. Ja. So. Ja. Dann könnt ihr nachlesen. Aber erst nach der Sendung. Wenn man Alter ihr erwartet, dich eingibt auf Google, dann kommt man da auch hin. Ja. Ja, jetzt steht es ja drinnen und dann könnt ihr das alle auch nochmal nachlesen und man hört dann auch die Shana-Channeln und ja, ist bestimmt ein schönes Erlebnis. Also hört ihr jetzt ja auch nach so langer Zeit. Also du bist ja schon echt sehr lange mit Alter ihr verbunden und gibt es denn da auch besondere Heilmethoden von Alter ihr? Wie heilen denn die da? Oder brauchen die überhaupt Heilung? Vielleicht brauchen die ja gar keine, oder? Naja, also es gibt auch so Kammern, Orte, auch Kristalltempel und sie heilen schon mit Gesängen, mit Lichtkristallen, bestimmt also Alter ihr Lichtkristalle auch. Auch über Sprache, über Gesänge, also über heilende Worte. So, und ich denke, also meine Heilung ist ja sehr vielfältig und man kann immer auch, wenn man sehr, sehr hoch schwingt als Lichtwesen, ist ein Heilungsbad, also ein Bad in den Heilenergien einfach wunderschön, auch wenn man jetzt keinen Körper hat oder so oder jetzt wie wir so durch solche Themen, sondern ich glaube, dass es dient immer, der Energieerhöhung und Bewusstseinserweiterung ist. Könnte man denn auch sagen, das ist so wie bei uns Wellness? Ja, ja, also schon mehr als das, aber... Ja, aber schon so ein richtig tolles... Also so wie man sich Wellness vorstellt, wenn es allumfassend ist, also einfach mehr Ausdehnung, ja. Seelenwellness auf Altair, oh. Genau. Schön. Super schön. Und das Schöne ist halt natürlich, dass auch Menschen, also oder anwesend aus von anderen Planeten natürlich da auch hinkommen können. Ich denke, deswegen haben die auch viele Heilmethoden entwickelt. Und dann kann man sich eben in diese Tempel beispielsweise begeben und sich dort mit diesen Heilenergien überschütten lassen. Das ist auch sehr schön. Also, liebe Sigrid, wir reisen dann gemeinsam hin. Ja, weil da kam gerade die Frage, wie reist du hin? Genau, wir machen ein Channeling dazu. Wir nehmen euch alle mit, wenn ihr möchtet. Genau. Ja, wer möchte, darf mit. Und dann auch in die Kammern und so. Ja. Und es sind ja auch sehr weise Lichtwesen, die dort sind. Also die haben ja auch eine bestimmte Weisheit, die wir jetzt überhaupt nicht kennen, sage ich einfach mal so. Ja, also das ist einfach nochmal ein anderes Bewusstsein, ein anderes Stern, der anders schwingt, als wie die Erde hier. Und ja, ich glaube, es ist am besten, es mal zu spüren, mal zu erleben. Die sind natürlich sehr, sehr verbunden, haben so sehr dieses Einheitsbewusstsein. Da ist so dieses Ich auch nicht so wichtig, natürlich nicht so existent wie hier. Ja, das Ich kommt aber auch aus der Dualität, ne? Genau, genau. Wobei jede Wesenheit ist ja schon eher so ein Feld von Liebe. Genau. Aber da existiert natürlich dieses Ego nicht wie in der Dualität. Also ich glaube ja, das Ego gibt es nur in der Dualität, ne? Das gibt es ja nicht. Da bei allen Lichtwesen. Und von daher ist das Ich auch nicht wichtig und da ist es eher Wir und eben eben der W. Aber vielleicht schon die lichtvollste Ich-Form existiert, würde ich schon sagen. Ja, ohne Polarität einfach. Genau. Und da ist ein Ich und ein Wir, das ist so halt nicht getrennt. Ja, sehr schön. Norris schreibt, ich nehme euch beim Wort mit dem Reisen. Ja. Ja, und ich glaube, Albert Ulf Schukun, du warst ja auch schon. Du schreibst nämlich, es ist wunderbar dort. Also musst du auch schon dort gewesen sein, sonst wüsstest du das ja nicht. Genau, und er schreibt jetzt auch, die Bewusstseinsstufe ist dort sehr hoch. Du hast ja auf der Webseite auch geschrieben, die zehnte Dimension. Neunte, neunte. Neunte? Wie komme ich? Ach so, okay. Ich habe eine dazu gemacht. Das ist ja natürlich ein sehr, sehr, sehr hohes Bewusstsein. Ja, das ist klar. Es ist jetzt für uns noch nicht so, nicht vorstellbar, weil wir ja alles vergessen haben. Ja. Ja, und dann hatte ich aber vorhin noch versprochen, dass wir heute auch noch eine Erdheilung machen, weil ich wusste ja nicht, dass du doch noch kommst. Wir haben echt ein strammes Programm. Das können wir gut verbinden. Ja, aber ich wusste es ja sagen. Ja, 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 das vergessene Bewusstsein, ja, Albert Ulf, Schogun, das ist das Vergessene. Aber es ist ja, auch wenn es hier auf der Erde vergessen ist, ist es ja dennoch da. Ja, 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 und was hat Mahaliyas da denn da oft so zu suchen auf Altaïr? Weil ich ihn gechallt habe dazu oder muss ich sagen? Hm. Oder ist es eigentlich so, dass dann auch dadurch, dass viele Lichtwesen nach Altaïr kommen und dass man dort auch dann dadurch was Gemeinsames macht? Glaube ich eher, ne? Ich denke, ich habe ihn deshalb damals gechallt, weil auch die Aspekte drei so einfach so präsent waren. Hm, wahrscheinlich, ja. Und natürlich ist er als Aktorianer viel unterwegs, ne? Ja, das ist er auch. Und manchmal ist es einfach schön, ja, Energien zu verbinden, gerade so die Aspekte, und man weist ja mit den Aspekten dorthin. Und Mahaliyas ist ja der Meister der Aspekte. Ja, auch da war noch eine Frage. Doris Soria fragt, gibt es auch bestimmende Mantren? Ja, ja, die gibt es. Ich habe ein paar gechannelt, die sind auf der Webseite. Also sie arbeiten eben auch über heilige Worte, über Mantren, über Gesänge. Genau, also das gibt es auf jeden Fall. Und ich finde es interessant, weil sie natürlich auch telepathisch kommunizieren, aber trotzdem auch dann mit diesem sehr hohen Bewusstsein eben Worte heilend verwendet werden. So etwas wie Mantren eben auch. Heilende Worte, die dann wiederholt werden, gesungen werden. Ja, sehr schön. Vielleicht bekommt ja der eine oder der andere von euch ein Bild von einem Mantra noch, wer weiß. Das kann ja alles sein. Also es kommt auch an, wo wir heute überall eintauchen, wo wir eingeladen werden. Und es gibt bestimmt auch eine Kammer der Mantrens, habe ich gerade so gesehen. Wow, da möchte ich gerne mal hin. Ja, es gibt da alles. Ja. Und ich habe so damals gespürt, also wenn man sich sehr viel damit befasst, man ist ja auch, also wenn ein alter Ehe so sehr berührt, dann hat man dort eine Verbindung dazu und dann kann man auch gemeinsam mit ihnen oder vielleicht hat man dort einen Anteil eben und dann erschaffen die auch neue Welten. Also das ist so ein Zusammenspiel und das, was auch gebraucht wird. Das mit den neuen Welten schaffen, finde ich besonders spannend. Das ist einfach toll. Ja, weil dort ist alles möglich. Sie sagen immer wieder, auf alter I ist alles möglich. Ja, und Doris Aurea fragt gerade, sind sie auch in uns selbst? Was meinst du damit? Sie fragt, sind sie auch in uns selbst? Willst du noch was dazu schreiben, Soraya, was du meinst? Wie du das genau meinst? Das dauert jetzt ein bisschen, weil man uns ja immer erst später hört. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, was hatten wir vorher gesprochen? Ich habe gerade den Faden verloren. Mit dem Mantren und mit den Kammern. Ja. Ah ja, mit den Welten. Die erschaffen Welten. Und da wollte ich doch dazu sagen, weißt du, mich erinnert es irgendwie so an den Zaubergarten, weil dort entstehen ja auch laufend neue Welten. Ganz genau. Also das ist für mich so ähnlich, das ist unwahrscheinlich. Absolut. Absolut. Und Shogun meint jetzt, ob Soraya Anteile vielleicht meint, ob Anteile in uns sind von dir. Naja, die eigenen Anteile, also wie gesagt, wir sind ja so viel mehr als wie nur diese physische Erscheinung, diese eine hier. Sondern wir haben ja jetzt als kosmischer Ursprung mehrere Anteile, unter Umständen eben meistens auch zu verschiedenen Planeten gesandt oder Sternen und das kann gut sein, dass es dort eben auch ist. Und dann ist man natürlich sehr tief verbunden auch mit diesem Anteil. Und das ist natürlich auch in uns oder mit uns verbunden. Das sind ja wir. Also es geht einfach um die Multidimensionalität von uns, die man so schlecht erklären kann, weil der Verstand das total nicht versteht. Das geht ja voll drüber hinaus. Ja. Das ist auch zu viel. Und von daher kann das immer sein, dass man da einen Anteil hat, wenn man auf dem Stern schon mal war. Beim Entstehen der Seele. Das sage ich mal so dazu. Ja. Also die Frage wurde beantwortet. Deswegen ist es für manche wahrscheinlich schon auch wie so ein Nachhausekommen, weil man sich da und einen Teil von sich wieder trifft. Also das ist, glaube ich, für manche so tief betrörend. Ja. Das glaube ich auch. Ja. Und weil der halt so lichtvoll ist. Da ist halt nichts von Dualität. Das ist halt nur Licht. Das ist so ähnlich vielleicht auch wie mit dem eigenen kosmischen Ursprung. Also nicht ganz, das ist nochmal anders, aber halt auch purtes Licht. Ja, sehr faszinierend, dieses Licht. Ja. Ja, dann fangen wir an, oder? Ja. Shukun schreibt nochmal ein Nachhausekommendes, aber das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Jo. Schön, dass du es uns nochmal gesagt hast, Shukun. Und die Sigrid schreibt, das empfinde ich auch auf der Venus. Ja, natürlich, das kann ich gut verstehen. Da gelten genau die gleichen Erklärungen. Genau. Das geht mir auch so mit der Venus und mit alter Irr fühle ich mich am verbundensten. Und da hat jeder so seine Vorliebende für die, aber viele natürlich mit der Venus. Und da gibt es ja auch Kammern. Ja, eben. Ja. Gut. 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 мест. Gut. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin Mahaliyas, der Meister der Aspekte und ich begrüße dich aus den hohen Bereichen des Lichtes und der Liebe mit den Worten und Tönen der Lichtsprache, O Matasat Ich heiße dich willkommen im Hier und Jetzt Ich heiße willkommen deine Seele Und ich möchte dich heute vorbereiten auf eine Reise, die dich in die Wirklichkeit auf einen Stern führen wird Dieser Stern namens Alter ihr ist ein Stern der Leichtigkeit, der Freude Es ist ein blauer Stern hellblau schwingend größte Leichtigkeit versprühend Und für manche von euch fühlt es sich an wie ein Meer ein ganzer Ozean der Leichtigkeit der Erfüllung und des Friedens Und so wenn du nun bereit bist in dieser Meditation in die Tiefen deiner Seele einzutauchen damit deine Aspekte für diese Reise für diese hochenergetische Reise vorbereitet werden Dann spreche innerlich deinen Ursprungsnamen und lasse dich fallen in das Zentrum deiner Mitte Atme in deinem Tempo ein und aus Und spür, dass in diesem Moment nichts wichtig ist außer du selbst Denn in diesem Moment bist du gehalten getragen von der Wirklichkeit in dir Puders Elixier Und so bereite ich deine Aspekte vor Du wirst auf allen Ebenen vorbereitet von den Engeln Und drei deiner Aspekte werden sich auf die Reise in die Wirklichkeit nun begeben unter anderem dein Sevarja Aspekt Und so erlaube nun dass deine Aspekte in eine goldene Lichtkugel gehüllt werden um zum Sternentor getragen zu werden Denn dort wirst du bereits erwartet von den Alterenern Und so spüre wie deine Aspekte nun in diese goldene Lichtkugel gehüllt werden um ihre Reise in die Wirklichkeit anzutreten Lasse geschehen, was geschieht Lasse die Dualität hinter dir Lasse los, was es loszulassen gibt Erlaube dir dich ganz auf diese Heilreise einzulassen Und so spürst du wie du getragen wirst Gesungen von den Engeln reißen deine Aspekte nun zum Sternentor El Amaba um dort empfangen zu werden Wir, die Alterena begrüßen dich du hohes Licht Wir kennen dich Wir kennen deine Seele Wir wissen, wer du wirklich bist So liebevoll ist dein Sein So liebevoll bist du in deiner Essenz Wir sehen das Licht, das du bist Wir sehen die Liebe, die du bist Streite durch das Sternentor Mit deinem tiefen Atemzug geschieht dies wie von selbst Und so begleiten wir nun wie der hohe Pfad von alter Ehe deine Aspekte zu unserem Stern Denn du wirst dort bereits erwartet So viele alter Ehe haben sich versammelt dir zu erben Spüre Spüre Wie du nun empfangen wirst von all den liebevollen lichtvollen Wesen auf alter Ehe Und vielleicht begegnet dir Und vielleicht begegnet dir ein Wesen Ein Licht Das du kennst Oder wo du eine tiefe Verbundenheit spürst Nehme nun wahr über dein Herz oder über dein drittes Auge was du wahrnimmst Spüre Spüre Denn dies ist die Wirklichkeit Nehme die Energien Nehme die Energien wahr hier von alter Ehe So fein und so leicht So zart So weich Lasse sie dein Herz berühren Und zu dir selbst zurückführen Denn hier wartet etwas auf dich Das dich erheben wird in deinem Licht Und so wirst du an die Hand genommen von einem alter Renner der dir nahe steht Und wir gehen wir geben uns nun zum großen Tempel Du gehst die Stufen empor Es öffnet sich ein Tor Und du streitest hinein Eine große Halle eröffnet sich Und du siehst Du spürst das Licht das hier zirkuliert Viele, viele Tore gehen von dieser Halle zu allen Seiten Und es sind Tore zu verschiedenen Bewusstseinsebenen Und ein Tor davon wird sich heute für dich im Hier und Jetzt öffnen wenn du bereit bist um zu nehmen einen tiefen Atemzug und erlaube deiner Sehne sich nun für eines dieser Tore zu entscheiden Von welchem Tor fühlst du dich angezogen Dieses Tor wird nun aufleuchten in wunderbar goldenem Licht und du spürst und du spürst den Zug deiner Seele diese Welt ruft dich jetzt und es erwartet dich dort ein Geschenk der Wirklichkeit und so erlaube erlaube nun dass sich dieses Tor öffnet und begebe dich nun in die Welt die dahinter liegt lasse für diese Momente nun geschehen was geschieht und spüre spüre die Wirklichkeit die Wirklichkeit die Wirklichkeit und die Wirklichkeit Vielen Dank. Du erhältst dort genau das, was du jetzt zu diesem Zeitpunkt benötigst. Wie einen Schlüssel oder eine Energie oder eine Erkenntnis oder ein Lichterbad, ein Energiebad, eine Energiedusche oder eine Aktivierung. Was auch immer es ist, empfang es jetzt. Es ist ein Geschenk für deine Seele. Das ist ein Geschenk für deine Seele. Das ist ein Geschenk für deine Seele. Das ist ein Geschenk für deine Seele. Vielleicht fallen alte Lasten von dir ab, die du auf deinen Schultern getragen hast. Vielleicht kannst du das Leuchten deiner Seele fühlen oder eine Sehnsucht, die in dir gestillt wird. Was auch immer das Geschenk für deine Seele ist, nimm es tief in deiner Seele auf. Bedanke dich und trete nun wieder durch das Tor zurück. Die große Halle des Tempels. Spürte das gleißend helle Licht, das hier zirkuliert. Auf alter Ihe existieren auch Einhörner, vielleicht begegnet dir eins. Gleich kannst du die Energie wahrnehmen. Und so streite wieder die Treppenstufen hinab. Begebe dich wieder zu deinem Ausgangspunkt. Und hier an diesem Ort werden wir nun gemeinsam die Energien bündeln für ein Erdheilungsritual. Wir, die alter Ihe, unterstützen euch mit all unserem Wissen, mit all unserer Hingabe. Wir sind so dankbar, wenn sich ein Mensch öffnet für unsere Energien, für unsere Botschaften. Denn wir haben so viel zu geben, so viel Heilwissen zu übermitteln. Und wir sind bereit, euch all die Geschenke zu übermitteln. Die wir für euch haben in der Jetztzeit. In dem Maße, wie es gut und richtig ist, darf nun Heilung geschehen. So öffnet euch als Kanäle und empfangt die Botschaft, die durch Nirjana nun überpracht wird. Ich bin ein alter Meister der Altarina. Und leuchtend mit einer Fackel stehe ich vor dir. Es ist das Licht, welches ich hier für dich eingesammelt habe, denn ich war im Raum der Farben. Und so werde ich, wenn du es erlaubst, mit dieser Fackel den Weg vorangehen. Und wenn du mir folgen möchtest, dann bist du ganz herzlich eingeladen. So kommen wir an dem goldenen Tempel vorbei. Und ich führe dich durch eine kleine Türe in den Nebengarten. Dort, wo die geheimen Eingänge liegen, in die anderen Welten. Und so komm nur mit, denn auf Altair ist alles möglich. So leuchtet diese Fackel. Und wenn du dich jetzt umschaust, siehst du, wie sich verschiedene Farben übereinander, oder wie feine Schichten übereinander gelegt haben und du fühlst sofort den Zauber dieser Welt. So gehen wir ein wenig durch diese Farbenwelt und du erkennst auch den Eingang in diese Kammer. Ich führe dich aber etwas weiter. Ich führe dich an einen goldenen Zaun, welcher geschmückt ist mit einem wunderbar verzierten, großen Tor. Und diejenigen unter euch, welche sehr eng mit Altair verbunden sind, werden erkennen, wie das Tor zu leuchten beginnt und wie es sich öffnet, wenn du näher kommst. So trete ein, trete ein in diese Welt. Es ist die Wirkungsstätte der Heilung, zu welcher ich dich führe. Und so gehen wir in Leichtigkeit und voller Freude einen schmalen Weg entlang. Und man hört schon die Gesänge der Altairena. Du spürst es vielleicht in deiner Seele und nun siehst du die Kammer der Heilung. Und ich lade dich ein, einzutreten. Und so vernimmst du jetzt den heilenden Gesang ganz deutlich in deinem Herzen. Die heiler Wesen von Altair singen, du bist Licht, du bist Liebe. Und sie zeigen dir ein wunderschönes Mantra, welches in der Mitte dieses Raumes auf dem Boden liegt. Es ist aus Tüchern hergestellt, so fein wie Seide und so zart bemalt. Und es bewegt sich von ganz allein. Du erkennst, wie dieses Mantra voller Energie ist, wie es lebt. Und mit jedem Ton bewegt es sich im Takt hin und her. Und die heiler Wesen laden dich ein, dich auf dieses Tuch zu legen. Und wenn du bereit bist, dann darfst du dies jetzt tun. Und so beginnst du nun mit diesem Tuch, mit dem Mantra zu schweben. sanft dich im Takt der Gesänge zu bewegen. Du bist Licht, du bist Liebe, du bist Heil. Und so fließen die Muster in dich ein. Sie fließen als Muster der Heilung an die Stellen, wo es für dich jetzt genau in diesem Moment richtig und gut ist. Sanft schwebst du mit diesem Mantra-Tuch, schwerelos und voller Freude. Spürst, wie die Leichtigkeit einzieht und all das, was dich belastet hat, wie von ganz allein verschwindet. So genieße, genieße diesen Gesang und die Bewegungen der Energie. Es ist ein Heilgesang, ein Heilbad und es ist auch ein Bad der Lebensfreude. Und dies all, weil dies wird dir heute überbracht und deine Seele beginnt sich auszudehnen und fühlt sich frei und ganz. Dann legt sich ganz langsam das Heilmantra wieder auf die Erde sanft und liebevoll. Bringt es dich in den Kreis der heilenden Wesen zurück. Und ich reiche dir meine Hand, damit du leichter aufstehen kannst. So verneigen sich alle hohen Lichter vor dir und auch du verneigst dich voller Dankbarkeit und Freude. Reich beschenkt von dem, was hier geschehen durfte, bringe ich dich wieder zurück. Durch den verborgenen Garten zu dem großen goldenen Tor, welches dieses Mal noch viel heller glänzt. Denn es spiegelt sich dein Licht in diesem Tor und so gehen wir von deinem zu deinem Ausgangspunkt zurück. Dort, wo dich Mahaliyas erwartet, hinter dem Sternentor. Und wir, die Altarener, tragen deine Anteile voller Achtsamkeit, liebevoll zum Sternentor zurück. Dort, wo dich Mahaliyas erwartet und sanft in das Hier und Jetzt bringt. Und so verabschieden wir uns von dir, übergeben dich der Liebe von Mahaliyas. Und mit einem Atemzug befindest du dich wieder im Hier und Jetzt. Deine Aspekte werden sich wieder vereinen. Mahaliyas wirkt für dich. Und wenn du in deine Hände blickst, siehst du einen Abdruck des heilenden Mandalas. Das bedeutet, dass du immer wieder so eine Reise machen kannst und dass dies eine Einladung in den Raum der Heilung ist. Und auch Mahaliyas verabschiedet sich jetzt von dir. Nehme dir für dich selbst noch ein wenig Zeit und genieße die sanfte, liebevolle Energie, welche du nun in dir trägst. Rufe deinen goldenen Engel, damit er all das in dir verankert, was dir geschenkt wurde. Und dann, wenn es für dich richtig und gut ist, kannst du deine Augen wieder öffnen und in das Hier und Jetzt zurückkommen. Rufe deinen Sites Jetzt bin ich ja gespannt, wie es für euch war, ihr Allerliebsten. Es dauert jetzt immer noch ein bisschen, bevor die Meldungen vom Chat kommen. Wie war es für dich, Shana? Schön. So ein schöner, schöner Stern, so richtig, richtig schön. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da immer wieder hin will. Das kann ich gut verstehen. Und welch schöne Geschenke auch. Ich finde es immer, das ist so eine Gleisentelle, ganz, ganz hohe Energie, so total stark. Ja, die Farben sind auch ganz anders irgendwie. Es war unsagbar schön, wird geschrieben. Ja, Adamea schreibt nochmal. Wir sollen es nochmal machen. Ja, es ist ja nicht weg, ihr könnt es ja immer wieder anhören. Das ist das Schöne dabei, ja. Ja, ich dachte mir, vielleicht können wir tatsächlich auch den 22. nutzen, um nochmal eine Reise nach Alter Ehe. Den 22. nutzen wir auf jeden Fall. Der ist jetzt geschrieben. Aber dann können wir noch eine Reise machen und schauen, was dann kommt. Ja, es ist einfach sehr faszinierend. Und es hat noch sehr viel mehr gerufen, das stimmt. Die Einhörner waren da. Ja, ja, total. Die sind da sehr präsent. Ja, ja. Ja. Da gibt es auch Einhorngruppen, die nur dort auch auf Alter Ehe. Das ist auch. Das glaube ich. Einfach mal, das ist so aus dem Alltag raus und was ganz Schönes machen, ist das so. Ja. Ja, man kann auch, bevor man ins Bett geht, eben in die Absicht gehen, auch mal nach Alter Ehe zu reisen, das Nachts. Das kann man auch der eigenen Seele sagen, dass man da hin möchte dann. Da reist man da hin. Ja, und vor allen Dingen sind wir ja doch unbewusst auch auf Alter Ehe wohl. Und ich denke, wenn man es bewusst macht, ist es noch mal viel schöner. Genau. Noch intensiver. Beides ist super. Ja. Also es wird hier geschrieben, Renata, Nata Elena schreibt, es war sehr intensiv und sehr schön. Auf mich hat ein Wesen gewartet, das anders aussah, als ich erwartet habe, schreibt sie. Glaub ich. Und Zitata schreibt, war in einem Raum von Klängen so kraftvoll und gleichzeitig so sanft. Das war auch schön. Ja, toll. Also diese Klänge sind ja ganz besonders. Ja. Da muss ich auch dann mal hin. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr gut. Da gibt es bestimmt auch so einen Raum der Gesänge oder so was, wo du dann davon da aus singen könntest, oder? Ja, so einen Raum, also bestimmt gibt es da so eine Kammer der Musik oder der Klänge, ja. Ja. Eine Welt des Klangs vielleicht, so wie er gerade berichtet hat. Ja. Eben. Auf jeden Fall muss ich da hin. Ja, muss ich. Da bin ich bestimmt ab und zu, aber da war ich jetzt noch nicht bewusst. Und der. So. Und auf der Venus war ich natürlich, da gibt es natürlich auch die Kammer der Musik. Da bin ich ab und zu auch ganz bewusst. Ja. Aber stimmt, klar gibt es das auch da. Ja. Es gibt so viel zu hinten. Schreibt ruhig, welche Kammern ihr besucht habt vielleicht. Ja genau, schreibt mal noch, welche Kammern. Das ist sehr interessant, weil sie manchmal nimmt man einfach nur die Energien wahr, aber vielleicht habt ihr auch wahrgenommen, was für eine Art von Kammer das ist. Ja. Also, Moment, ich lese vor. Simone schreibt, ich habe einen süßen Duft wahrgenommen. Kammer der Düfte. Das kann natürlich auch sein. Ja. Und Mara schreibt, mich hat ein Einhornherde am Tor empfangen und dann sprach Shana von Einhorn. So, super. Ja, die kenne ich auch, die sind sehr schön, die mit den Einhorn an die Welten. Ja, ja. Und Sainab schreibt, ich wurde in einem hellblauen Tuch eingewickelt. Ja. Und Elka schreibt, wunderschön, unvergleichlich, Leichtigkeit, am Schweben, tiefe Freude, Lichtkammer. Sie waren der Lichtkammer. Ah, Renata, Nathalena, du hast natürlich. Sie fragt, gibt es eine Kammer der Sprachen? Klar, also. Sicher. Die himmlischen Sprachen, die mystischen Sprachen, die müssen ja irgendwo aufbewahrt werden. Die brauchen ja da einen Raum. Und entwickelt. Und dann kommt, ich habe auch viele Blumen in verschiedenen Farben gesehen, schreibt Agathe. Ja, ja. Ich glaube, so Naturwelten, ja. Ja, Naturwelten, genau. Und man kennt in der Kammer der Einhörner, also wo die Einhörner auch sind, da kann man sich auch in ein Hologramm stellen und spüren, wie es ist, ein Einhorn zu sein. Das wollte ich doch so gerne eigentlich machen, aber es ging heute nicht. Vielleicht ist es noch nächstes Mal. Das wollte ich so gerne. Ich wollte so gerne mich da in, oder so ein Wesen, also ich wollte gerne das, was die so können, das wollte ich so gerne mal machen. Das kann man auch machen, ja. Ja. Und Hildegard schreibt, eine Kammer der weiblichen Heilung. Hm. Hast du gesehen? Mhm. Ja. Mhm. Es ist gut, sich darüber auszutauschen. Ja, es ist gut, weil da kommt noch viel mehr. Es gibt so viele. Ja. Und Siddhartha schreibt, die erste Kammer war eine von mantrischen Gesang und Tönen und ich schwebte im Weltraum. Mhm. Soll. Ja, Agathe, du schreibst, du hattest heute eine andere Aufgabe, ich weiß. Es war, das mit dem Mantren ist ja auch sehr, sehr, sehr schön. Also. Ah. Hm. Hm. Renata, Nata Elena schreibt. Kannst du denn demnächst eine Sendung machen, wo man fremde Sprachen leicht lernen kann? Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja so eine Kammer auch, wo man leicht lernen kann, oder? Möglich. Ja, man kann halt auch allgemeine Sendung machen, die um das Thema Lernen geht. Ja, ja. Ja, das wäre eine gute Idee. Und Blockaden auflösen, die einem hindern. Ja. So eine Sendung machen wir. Weil Lernen, äh, also Lernen ist ja so wichtig, wir lernen ja ständig, das hört ja nie auf. Ja, ja, absolut. Ja. So. Ja. Ja, wunderbar, ihr Lieben. Also, wir sind alle begeistert, alle freuen sich, liebe Shana. Schön. Ja. Haben wir die Entdeckefreude geweckt, hoffentlich. Ja, es sieht so aus. Ja, ja, Agathe, mein Wunsch wird noch erfüllt, ich weiß, mich als Einhorn zu erfahren. Es ist alles möglich, warum nicht, ne? Ja, ja, ja. Ja, 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 diesen Hologramm, man kann wirklich sich reinstellen und sagen, ich möchte jetzt spüren, wie es ist, diese Wesenheit zu sein, oder? Ja. Das geht. Ja. So ist es. Ja. Es wird noch geschrieben, Shukun schreibt noch als Antwort wegen den Sprachen, er schreibt, lass dich von deinem Hören selbst leiten, dann sprichst du auch andere Sprachen. Es ist natürlich schon nicht so einfach, ne? Ja. 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 Schön, ihr Lieben, schön, dass ihr so begeistert seid oder noch mehr als begeistert seid. Ja. 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 Ja, wir haben alles gemacht, ja, wir haben alles gemacht, was wir versprochen haben, ne? Erdheilung war auch dabei und war auch sehr schön mit dem Energienbündeln und mit dieser unterstützenden Liebe von den Altairer, Altairerinnen. 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 Im Channeling konnte ich das und so, wenn der Verstand da ist, geht's nicht. Oh, die Christine Mare hat Worte und Klänge empfangen, ich lese es vor, Nuria Rihanna hat sie empfangen, Worte und Klänge, super, ja, schön. Ja, nächste Woche ist am Sonntag nichts, da ist es erst am Montag, ihr allerliebsten, weil ich bin ja jetzt am Wochenende am Untersberg zum Untersberg-Seminar und da komme ich erst am Sonntag irgendwann nachts nach Hause, früh am Morgen oder so und da mache ich dann die Sendung am Montag, am Montag, da gibt's eine Überraschung. Also, es ist keine Überraschungssendung, aber da geht's um ein Mandala. Aber ich sag noch nichts weiter drüber, das muss spannend bleiben. Ja. Ah, das ist auch interessant, Mara schreibt, ja, ich schreibe oft mit, also sie macht gleichzeitig Schreiben und Zeichnen oder so, weil sie malt ja so schöne Bilder, kennst du bestimmt von Facebook, Shana, die Mara, die hat so ganz große, tolle Bilder immer. Ja. Und guck mal hin, Sita, da hat auch was empfangen. Ai, ja, hai, war das erste Mantra, was ich hörte, schreibt da. Also A, I, J, A, H, E, I, drei Worte. Mhm. Mhm. Ai, ja, hai. Das hat schon was. Mhm. 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 Lahtoria, Rihana, Rihana. Der Link, lieber Thomas, ganz oben, du musst mal hochscrollen, da hatte ich, aber Shana, du kannst auch noch mal sagen, wie die Webseite heißt. alterir-erwartet-dich.de Dann kannst du gucken und lesen, was Shana da alles geschrieben hat. Kommen Sie hier entlang zur Webseite. Genau. Alterir erwartet dich. Ganz genau. Ja, dann würde ich sagen, ist schon wieder zu Ende die Sendung. War heute sehr aufregend, aber wir kommen durch alles durch. Ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Da wurde gerade noch was geschrieben. Agathe schreibt Al-Jah-Hi Ihr seid ja richtig klasse, das muss ich jetzt mal sagen. Also wirklich, was ihr so empfangen habt, also das ist schon richtig gut. Ganz schön schwingen. Ja. Die Schwingung ist noch da. Ja, ja. Und auch in den Mantren einfach so. ganz unterschiedliche. Ja, deswegen wollen wir auch nicht aufhören heute. Deswegen wollen wir nicht irgendwie aufhören. Das ist einfach noch die Schwingung da und bleibt einfach, ja. Guck mal, Hildegard schreibt, ich war in einer Farbspirale. In so einer Spirale, das ist ja fein. Ja, ja. Ja, die Formen. Ja. Also ich hatte das so gesehen, wie mehrere farbliche Tücher, die da so im Raum geschwebt sind. so. Schön. Es hat natürlich, lieber Shogun, es hat mit Sicherheit jeder was anderes empfangen, so wie es eben. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, das sollte auch so. Ja, sicher. Also jeder, jeder ist da auch durch, also durch andere Tore gegangen oder manche vielleicht auch in dasselbe. Ja. Aber das, da sind sehr, sehr viele unterschiedliche Tore aufgegangen, weil jeder was anderes gerade gebraucht hat. Ja, ja. Und das ist ja auch schön, man kann dann die Meditation nutzen und das nächste Mal, eventuell ruft einen ein anderes Tor. Also ich denke, ihr habt das auch gespürt, wie stark dann dieses Tor gerufen hat. Und das ist dann halt, je nachdem, was man gerade braucht, ein anderes. Ja. So ist das. Also wie gesagt, ich wiederhole mich nur nächste Woche am Montag die Sendung und ansonsten sage ich jetzt einfach doch einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen und ja, genießt noch die Energie. Schön, dass ihr da seid und überlegt euch, was der 1000, was bei der Verlosung verlost werden soll, wenn wir 1000 Subscriber haben, was da für ein tolles Geschenk für euch gut wäre. Es dauert noch ein bisschen, aber es dauert schon noch ein paar Monate. Aber trotzdem kann man schon mal überlegen. Ja, also dann, Jana, magst du noch was sagen so zum Abschied? Zu Alter, ihr, also ich, ich, das Einzige, was ich sagen möchte, ist dazu, dass die Alterinnen, wie es ist auch schon gesagt, haben sich wirklich sehr, sehr freuen, wenn man sich mit ihnen in Kontakt begibt. Also vielleicht gibt es ja unter euch auch welche, die channeln oder die sich an sich gerne mit den Alterinnen verbinden möchten und die sind da sehr, sehr dankbar über jeden Kanal. Also das war immer wieder, dass sie einfach sehr, sehr gerne unterstützen möchten und vielleicht hat der ein oder andere von euch den Impuls, sich mit ihnen auch in Kontakt zu setzen. Ja. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch alles, alles Liebe, schlaft gut und tretet in Kontakt mit den Alterinnen. Schön, dass ihr da seid. Tschüss. Tschüss. Tschüss.